Du hast Interesse an einem Schüleraustausch in den USA und würdest diesen gerne mit einem Internatsaufenthalt kombinieren? Dann könnte die Freiburg Academy im Bundesstaat Maine in Neuengland genau die richtige Schule für dich sein. Falls du mehr über die tollen und vielfältigen Kurse und Angebote dieser Schule erfahren möchtest, dann bleib unbedingt bis zum Ende dran. Vergesst nicht zu abonnieren und zu kommentieren und dann jetzt viel Spaß bei dem Video. Direkt nach dem Intro geht's los. Die Freiburg Academy wurde 1792 gegründet und ist damit die älteste Privatschule des Landes. Sie befindet sich in einem klassischen Dorf in Neuengland. Die Privatschule unterrichtet insgesamt um die 570 Schüler und Schülerinnen, von welchen ungefähr 20% Internationals sind. Es werden die Stufen von der 9. bis zur 12. Klasse unterrichtet. Zusätzlich bittet die Freiburg Academy ein Postgraduate Year an. Hierbei nehmen sich die Schüler und Schülerinnen ein akademisches Überbrückungsjahr an einer privaten oder unabhängigen Schule nach ihrem Highschool-Abschluss. Es wird sich verstärkt auf die Zulassung für ein College vorbereitet, um dadurch das Erfolgspotenzial einer Annahme steigern zu können. Jedes Jahr vor dem Schulbeginn veranstaltet das Internat eine viertägige Orientierung. Diese Vorbereitungstage dienen den Schüler und Schülerinnen dazu, sich gegenseitig schon mal besser kennenzulernen, die Schule zu erkunden, sich für Aktivitäten und Sport einzutragen und die Coaches ebenfalls kennenzulernen. Natürlich sind auch eine Menge verschiedener Tätigkeiten für diese Tage geplant. Der gesamte Campus umfasst eine Fläche von 125 Hektar und liegt in der Nähe des touristisch beliebten Urlaubsziels Mount Washington Valley. Dies ist vor allem für die Wintersportler interessant, denn die Freiburg Academy bietet ihren Schüler und Schülerinnen ein Ski-and-Study-Programm an. Hierbei gibt es Angebote für Skifahrer mit hohem Niveau sowie ebenfalls für diese, die nur in ihrer Freizeit gerne auf den Skiern stehen. Neben den grundlegenden Fächern wie Mathematik, Englisch, Geschichte, Geografie und den Naturwissenschaften wie Chemie, Physik und Biologie, bietet die Freiburg Academy auch viele weitere interessante Kurse und Programme an. Es werden einige Fremdsprachen angeboten, zwischen welchen die Schüler und Schülerinnen die Wahl haben. Zur Auswahl stehen Chinesisch, Französisch, Latein und Spanisch. Eine Besonderheit stellt die Filmproduktion dar, welche von einem Regisseur unterrichtet wird, der zuvor in Hollywood gearbeitet hat. Auch das Kunstprogramm lässt keine Wünsche offen, egal ob du dich für Fotografie, Skulpturen oder sogar Licht- und Tontechnik interessierst. Es gibt viele verschiedene Angebote. Auch im Bereich Musik hat die Freiburg Academy einiges zu bieten. Zum Beispiel stehen den Schüler und Schülerinnen hier die Kurse Chor, Musiktechnologie, Jazz und verschiedene Musikinstrumente wie Klavier und Gitarre zur Auswahl. An den Nachmittagen können die Schüler und Schülerinnen Teil eines Sportteams werden oder einen der vielen Clubs besuchen. Die Schule bietet ein sehr breites Angebot an Sportarten an, unter anderem Cheerleading, Feldhockey, Football, Golf, Mountainbiking, Fußball, Basketball, Leichtathletik, Baseball und viele mehr. Für jede angebotene Sportart steht natürlich auch das dementsprechende Feld zur Verfügung. So besitzt die Schule Fußballfelder, Footballfelder sowie mehrere Tennis- und Baseballplätze. Den Clubs, denen beigetreten werden kann, sind beispielsweise der Kunstclub, die Schach-AG, der Mathematik-Club, der Zeitungsclub oder auch die Women's Group. Viele der Schüler und Schülerinnen leben auf dem Campus. Vor allem die internationalen Schüler machen Gebrauch von einem Internatsaufenthalt. Aber auch viele amerikanische Schüler leben dort. Gemeinschaft steht für die Freiburg Academy an erster Stelle, weswegen viele der Tagesschüler die internationalen Schüler über die Wochenenden oder die Ferien zu sich nach Hause einladen. Allerdings bietet die Freiburg Academy auf ihrer Webseite auch die Möglichkeit für ein Homestay-Programm an. Das bedeutet, dass Familien anbieten, die internationalen oder auch die inländischen Schüler und Schülerinnen über die Wochenenden oder die Ferien bei sich aufzunehmen. Aber auch an den Wochenenden wird das Leben auf dem Campus nicht langweilig. Die Schule organisiert viele Aktivitäten wie Trips nach Portland oder Grillabende. Es wird der Mount Washington bestiegen, Konzerte oder Musicals besucht oder man nutzt die wunderschöne Natur, in welcher sich das Internat befindet. Hier kann man beispielsweise neben Ski und Snowboard fahren, auch auf den umliegenden Seen Kanu fahren oder schwimmen gehen. Egal ob Wandern, Klettern, Mountainbiking oder Campen, die Gegend lässt die Herzen aller Outdoor-Fans höher schlagen. Hat dich die Freiburg Academy überzeugt? Auch du willst mehr über einen Schüleraustausch in den USA wissen? Dann bestell dir jetzt eine unserer tollen Broschüren direkt nach Hause. Dann bist auch du bald vielleicht mit uns in den USA. Wenn dich weitere Schulen oder Internate in den USA interessieren, dann schaue dir das Video Schüleraustausch USA an der St. Andrew School oder High School USA an The King's Academy sowie unseren Instagram-Kanal an. Wir freuen uns schon auf dich, dein Team von Kulturwerke Deutschland.